Mama, ich geht's los! Hast du dein Brot eingepackt? Ja, hab ich natürlich! Dann wünsche ich dir viel Spaß in der Schule! Tschüss, meine Große! Tschüss! Bist du gleich fertig? Greta putzt sich oben die Zähne, dann können wir los! Ja, ich bin gleich soweit! Es ist schon merkwürdig! Was denn? Na, wie schnell die Kindergartenzeit vorbeigeht! Jetzt geht sie schon bald in die Schule! Ja, das stimmt wohl! Ich bin bereit! Kommen wir los? Na, du kannst es ja kaum abwarten! Ja, natürlich, Mama! Heute werden wir doch rausgeworfen! Das wird bestimmt lustig! Kommt ihr denn zum Zugucken? Na, selbstverständlich kommen wir! Das lassen wir uns doch nicht entgehen! Anna muss aber auch kommen! Ja, sie kommt auch mit! Ach Mensch, das ist das letzte Mal, dass wir dich in den Kindergarten bringen, Greta! Ach ja! Guten Morgen! Guten Morgen! Hallo, Greta! Schön, dass du da bist! Jetzt seid ihr schulisch vollzählig! Hallo, Susanne! Ähm, wann sollen wir denn nachher da sein? So gegen 14 Uhr wäre super! Hallo, Laura! Hallo, Greta! Ich bin schon so gespannt auf das Rauswerfen! Und ich erst! Tschüss, Greta! Ja, tschüss, bis nachher! Guck mal! Unsere Ordner liegen schon bereit! Wollen wir unsere Ordner anschauen? Ja, komm nach oben! Erst gucken wir in deinen, dann in meinen! Okay! Oh, da bin ich erst in den Kindergarten gekommen! Da war ich noch total klein! Ja, wie süß! Und hier feiern wir Fasching! Das hat so viel Spaß gemacht! Oh, Greta! Hier hattest du dein gebrochenes Bein! Weißt du noch? Ja, das weiß ich noch! Das war blöd! Und hier haben wir Lottie Karottie gespielt! Ja, und hier waren wir im Landschulheim! Ja, da konnte ich zuerst gar nicht einschlafen! Aber dann bin ich doch eingeschlafen! Hier sind wir im Wald! So, jetzt schauen wir mal deinen an! Ach, lass uns das ein anderes Mal machen! Lass uns, liebe Vater, Mutter, Kind spielen, ja? Das können wir ab morgen nicht mehr im Kindergarten spielen! Ja, stimmt! Dann bin ich heute die Mutter, okay? Na gut! Machst du uns was zu essen? Wir haben einen Bärenhunger! Ja, mache ich! Aber das dauert! Gehst du so lange mal und mit unserem Kind spielen? Was gibt es denn zu essen? Was Gesundes, Gemüse-Eintopf! Ihh, Gemüse! Was heißt denn hier Ihh? Gemüse ist doch nicht Ihh! Gemüse ist sehr gesund! Vor allem für unser Kind, das braucht viele Vitamine zum Wachsen! Na, hast du etwa Angst? Lass mich in Ruhe, Heinrich! Ja, doch! Kinder, räumt bitte das Spielzeug auf! Wir wollen gleich Mittag essen! Was gibt's denn heute zu essen, Susanne? Heute gibt es Pfannkuchen mit Apfelmus! Mh, lecker! Mein Lieblingsessen! Meins auch! Und meins auch! Das weiß ich doch! Deshalb habe ich das auch für heute bestellt! An eurem letzten Kindergartentag sollte es etwas ganz Leckeres geben! Susanne! Kannst du bitte kommen? Ich bin fertig! Ich komme, Hanna! Hehehe! So ein letzter Streich im Kindergarten muss doch auch sein! Oh, die Ordner sind schon weggeräumt! Das ist ja schön! Nach dem Mittagessen! Mh, war das lecker! Wer fertig ist, räumt bitte seinen Teller auf den Geschirrwagen! Und dann könnt ihr mal gucken, ob eure Eltern schon da sind! Kurze Zeit später! Liebe Kinder, liebe Eltern, nun ist es soweit! Der letzte Kindergartentag für unsere Schulkinder ist heute zu Ende! Wir werden die Kinder sehr vermissen und würden uns freuen, wenn sie uns in den Ferien besuchen kommen! Liebe Kinder, ich wünsche euch viel Spaß in der Schule, viele neue Freunde und seid immer schön fleißig! Und jetzt lernt ihr fliegen, weil wir euch jetzt rausschmeißen! Wow, ich wollte schon immer mal fliegen! Aber vorher bekommt ihr noch eure Ordner, als schönes Andenken an die Kindergartenzeit! Nanu, wo sind denn die Ordner hin? Kinder? Hehehehe! Heinrich, hast du etwas damit zu tun? Ich doch nicht! Niemals! Na dann müssen wir sie erst suchen! Ich hab einen gefunden! Ich auch! Prima! Ich hab auch einen! Hier ist auch einer! So, die Ordner sind alle wieder da! Sehr schön! Hier, Luisa, dein Ordner! Bitte, Greta, dein Ordner! Danke! Das ist deiner, Laura! Danke! Und das ist deiner, Heinrich! Bitte sehr! Danke! Na, Heinrich, bist du bereit? Ja, ich bin bereit, aber ich bin noch ein bisschen traurig! Mir hat's echt gut gefallen bei euch im Kindergarten! Wie alt bist du? Hä, das wisst ihr doch! Ich bin sechs! Alles klar! Dann zählen wir bis sechs! Eins! Zwei! Ich will nicht! Drei! Ich bin so traurig! Vier! Nein, nein! Fünf! Sechs! Und raus mit dir! Laura, du bist die Nächste! Wie alt bist du? Ich bin fünf! Okay, dann zählen wir bis fünf! Eins! Zwei! Drei! Vier! Und fünf! Und raus mit dir! Als nächstes kommt Greta! Greta, wie alt bist du? Sechs! Gut, dann zählen wir bis sechs! Eins! Zwei! Drei! Vier! Fünf! Sechs! Und raus mit dir! Mein kleines Mädchen! Nun haben wir alle Schulis rausgeworfen! Jetzt haben wir Platz für neue Kinder! Und was ist mit uns Eltern? Wir müssen doch auch rausgeworfen werden! Schließlich kommen wir auch nicht mehr hierher! Na, wenn sie unbedingt wollen! Sie können wir natürlich auch rauswerfen! Oh Mann, sind sie schwer! Was soll denn das heißen? Kinder, helf mir mal! Juppie! War das cool! Hallo! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen! Vergesst uns nicht zu abonnieren und uns einen Daumen nach oben zu geben! Bis nächste Woche! Tschüss! Tschüss!